Heyy!!!!! Schau nach oben, schau mal ein Starne! Das heißt der Erste, der ab jetzt Nein sagt, hat verloren und der Punkt geht an den anderen. Höre, Hoare aus. Hab gewonnen. Was hab ich denn gesagt? Das Wort, das keiner sagen darf. hehe ich bin davor Au oh ganz viele kieselsteinchen sind runtergefallen fixe die kieselsteine sind überleg aus dem boden gefallen willst du die nicht schlau trauen jaker wo denn nix hier und hier sind auch welche M наш beinrichtet Du möchtest doch bestimmt unser Zimmer für ein Jahr lang aufräumen. Wir haben jetzt die Hand drauf, alle sehens, oh mein Gott, oh mein, bitte, bitte, du musst ja sein. Ja. 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 Was machst du auf Seite? Was machst du auf Seite? Ähm. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja. 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 Wann ist ein Mann 1 Euro wert, wenn er einen Einkaufswagen vor sich her schiebt? Wann ist ein Mann 1 Euro wert, wenn er einen Einkaufswagen vor sich her schiebt? Ja, welch, das seht ihr jetzt, das seht ihr jetzt! Hä? Wieso gar nichts drauf? Hä, ist das leer? Hä, seid ihr dumm, was ist denn hier? Hä, da ist doch nichts drauf! Und werde dann so machen, und ihr müsst durch Hören rausfinden, wo ich stehe und das Kügelchen genau auf dem quer. Ok, ich darf als erstes. Habe ich getroffen? Ja! Ja! Ich kann aber gleich ziehen! Oh Mann, ich werde dir über den Tisch gezogen, Alter! Fresse! Ok, los! Kann ich? Ja! Ok! Du hast aber vorhin zweimal gemacht! Ja, ich darf einfach... Ey, Kacke, Mann! Ihr malt das Gesicht eures Kontrahenten. Muss ich ja nur ein Dreieck malen. Hm, das ist ja dann nicht real! Klar! Oh! Hä, meine Kopfform! Die Kopfform ist mega schade! Und die Haare auch! Aber dieses Gesicht ist halt versetzt! Oh Mann, was ist das denn? Ja, welches jetzt? Ich weiß nicht! Keine Ahnung! Was ist besser? Beides sehr schwarz! Was soll ich sein? Das soll Jengis sein! Soll ich ehrlich sein? Ja! Ich finde Jengis besser! Weil, wenn man schielt... Jaaa! Kann ich auch sagen, wenn du dich bei dem auf den Kopf stellst! Ey, wo ist denn deine Hand? Ja, ja, warte! Ja, das ist seine! Achso! Wo ist denn das? Jaaa! Einmal zweres! Es wird geschummelt! Äh, was? André hat das Symbol geändert! Ja! Hä? Nein! Okay, erst die... Welche Hand nehmen wir? Deine Link und ich meine Rechte, okay? Okay! Oh, fuck! Shit! 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 Oh! 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 Okay, Freunde! Seid ihr bereit für den Shoutdown? Nee, ich sag nur... So, Freunde! Ich habe mich natürlich auch vorbereitet! Oh! 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 Der Cengole wird mich nicht bezwingen, Freunde! Oh! Was denken diese Leute? Scheißegal. Heute geht alles zu Ende. Für die nötige Balance. Die beste Entscheidung meines Lebens.